Herzlich Willkommen bei der Vertec Akademie. In diesem Kapitel möchte ich Ihnen gerne einen Überblick über die Einstellungen sowie die Systemeinstellungen in Vertec geben, damit Sie Ihre Vertec Instanz möglichst schnell in Betrieb nehmen können. Wenn Sie in Vertec als Administrator bzw. als Benutzer mit Administrationsrechten angemeldet sind, dann sehen Sie hier unten im Root Ordner als letztes den Ordner Einstellungen. Den klappen wir einmal auf und dann sehen Sie hier als ersten Link den Ordner Systemeinstellungen, in dem Sie, wie der Name schon sagt, die ersten Systemeinstellungen vornehmen können. Hier können Sie zum Beispiel den Dokumentenpfad festlegen, wo die in Vertec generierten Dokumente abgelegt werden sollen. Dies kann ein File-Serverpfad oder eben auch eine SharePoint-Bibliothek sein. Und hier legen Sie die Firma fest. Das heißt, Sie können hier Ihre eigene Adresse verknüpfen, die Sie vorher in Vertec anlegen. Dann wird Ihr Firmenname entsprechend auch auf den Standard-Reports, wie zum Beispiel einem Angebot oder einer Rechnung, mit aufgedruckt. Des Weiteren können Sie hier den Programmjargon festlegen. Hier kann man wählen zwischen Projekten und Mandaten. Wenn Sie auf Mandate umstellen, dann heißen, wie gesagt, die Projekte Mandate, die Kundenklienten und die Rechnungen Honorarnoten. Sie sehen dann weiter, hier oben haben Sie noch diverse andere Einstellungen. Die werden wir hier sicherlich nicht alle im Einzelnen durchgehen können, aber ich zeige beispielsweise mal das Register Projekt. Hier können Sie diverse projektspezifische Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel, ob die Bearbeiter einem Projekt zugeordnet sein müssen, um dort Leistungen zu erfassen. Oder zum Beispiel auch, wie die Leistungen gerundet werden sollen auf eine Minute, genau fünf Minuten oder Viertelstunde. Sie können aber zum Beispiel auch definieren, ob die Sollzeiten angezeigt werden und so weiter und so fort. Die können wir alle nicht im Einzelnen durchgehen. Hier aber auch noch mal der Hinweis auf unsere Knowledge Base. Hier können Sie für jedes Register genau einsehen, welche Einstellmöglichkeiten Sie hier haben. Gehen wir hier noch mal ein paar andere Einstellungsmöglichkeiten durch. Wichtig in Vertec ist zum Beispiel die Tariftabelle. Das heißt, Sie können zum einen definieren, welche verschiedenen Tarifstufen soll es in Vertec geben. Das können Sie verstehen wie Preislisten im System. Manche Kunden nutzen diese auch jahres- oder kundenspezifisch. Und Sie können die im Unternehmen vorhandenen Bearbeiterstufen definieren. Auch die können Sie hier einfach verändern oder ergänzen. Aus diesen beiden Dimensionen wird dann die Tariftabelle gefüllt. Hier sehen Sie einmal in dieser Spalte die Bearbeiterstufen und hier in dieser Zeile die Tarifstufen und können jetzt einpflegen je nach Währung und wenn Sie wollen auch je nach einzelnen Tätigkeiten, welche Hierarchiestufe in welcher Tarifstufe wie viel pro Stunde abgerechnet wird. Das lässt sich zum einen für die externen Ansätze festlegen, aber auch für Tagespauschalen oder bei Bedarf auch für den Kosten- bzw. Bearbeiteransatz. Des Weiteren haben Sie hier in Wertec noch die Möglichkeit, weitere Tätigkeiten hinzuzufügen. Diese können Sie zum einen bei der Leistungserfassung auswählen. Sie können eben, wie eben hier schon gesehen in der Tariftabelle, dort andere Stundensätze je Tätigkeit hinterlegen. Und Sie können natürlich auch noch definieren, wenn wir mal so eine Tätigkeit im Detail öffnen, ob diese verrechenbar ist und ob dies eine Tagespauschale sein soll bzw. ob diese Leistung für den Kunden sichtbar sein soll. Auch für Stückleistungen können Sie eine neue Tätigkeit anlegen und hier einen entsprechenden Stückwert eintragen. Und so gibt es eben alle möglichen weiteren Einstellmöglichkeiten, wie die Spesentypen, die Sie hier festlegen können, die dann entsprechend bei der Spesenerfassung zur Auswahl stehen. Und auch hier, ich öffne mal das Beispiel Bahnfahrt, können Sie eben definieren, ob der Mitarbeiter das zurückerstattet bekommt, ob die Zahlen brutto oder netto eingetragen werden und ob es vielleicht schon vordefinierte Margen gibt, die entsprechend bei der Weiterverrechnung an den Kunden berücksichtigt werden sollen. Viele weitere Punkte hier sind selbsterklärend, wie zum Beispiel Zahlungskonditionen, die man hier hinterlegen kann und wiederum auf dem Projekt auswählen kann. Wichtig noch die Aktivitätstypen, die können Sie dann bei Ihrer Kontakthistorie oder bei To-Do-Listen nutzen. Und so können Sie hier auch Währungen einstellen, Berichte hinterlegen und zum Beispiel auch Zusatzfelder oder Zusatzklassen erstellen. Dies wird aber in gesonderten Kapiteln der Vertec Akademie behandelt werden. Ein letzter Blick noch auf die Extensions. Auch da werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer darauf eingehen. Möchten Sie beispielsweise die Dativ-Debitoren-Schnittstelle in Betrieb nehmen, können Sie diese öffnen und klicken hier auf installieren und dann muss noch der Vertec-Kontenrahmen entsprechend in Vertec hinterlegt werden. Auch hierzu finden Sie weitere Informationen auf unserer Knowledge Base.